So, willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Ihr werdet es nicht glauben. Am 5.2.2029 haben wir es geschafft. Tabellenführung in der 1. Bundesliga. Nach 18 Spielen haben wir 38 Punkte. Unsere Verfolger Wolfsburg und Hoffenheim haben jeweils 36. Und heute geht es erstmal gegen Leverkusen. Oh, schon wieder neue Spieler auf dem Transfermarkt. Zwei Spiele, Sperre, 19 Jahre. Echt zu teuer. Der ist verletzt. Knapp sieben Wochen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Okay, sowas kann ich mir nicht leisten. Schauen wir uns mal lieber einen Gegner an. Kopfball, 118. Genauigkeit. Kopfball und Kanonenschuss. Das heißt, Rainer spielt. Und Knoll. Wobei ich Knoll wahrscheinlich schon bald wieder mal ein klein wenig schonen muss. Im Tor hat er Hackentrick. Da ist ja Carlo schon mal gut. Diesmal ein Libero. Hackentrick 3. Libero in Verteidiger. Verteidiger. Moment, 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 Moment. Ich brauche gar nicht. Die Lele. Wobei, die Lele ist schon gut. Krüger könnten wir doch mal wieder einsetzen. 37.100. Komm. Krüger mal in die Mannschaft. Innenverteidiger. Krüger mal hier rüber. Langer Pass. Helmer da rüber. Helmer bleibt auf der Seite. Bremen, Amstädter. Alles gut. Leverkusen in Rot-Schwarz. Wir in Schwarz und Grauer Unterwäsche. Sagen wir mal, wir spielen ganz Schwarz. Tor-Eck-Fahne zieht rein. Reiner, gut gemacht. Den muss ich halten. Ich muss irgendwie Geld auftreiben. Um den zu verlängern. So, Carlo. Hat erstmal den Ball. Ein klein wenig mehr Kontrolle. Als Krüger. Jawoll. Helmer, sehr gut. Pass abgefangen. Jetzt Carlo. Sehr schön. Fantastik. Scheiße. Carlo. Mist. Aber er steht noch im Strafraum. Knoll geht auch in den Strafraum. Oh, oh, oh. Der hat Kanonenschuss. Da, da, da. Geht ja, Ball muss weg. Amstädter ran hier. Äh. Schickl. Warum? Warum, warum, warum? Amstädter. Da. Der macht jetzt Kanonenschuss. Ah. Meine Fresse. Da sind wir mal Tabellenführer und dann... ...verlieren die... ...jedes Gespür für Taktik. ...verlieren die ... ...verlieren die ... ...verlieren die ... Carlo bleibt drin, so zweite Halbzeit, irgendwie weiß ich nicht, Amstetter war nicht auf der Höhe, Tilele kannst du mal zwei Schritte nach vorne machen, das du dann schon mal bereit stehst. Oder so, da kommt der Libero auch nicht hinterher, Kanonenschuss, jawohl, 1-1, komm, ein Tor noch, ein Tor möchte ich sehen. Da, 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 da. Okay, der geht nach außen, oh, jetzt lockt er natürlich Bartmann weg, weil er grätschen kann. So, Mist, das sollte eine Kopfballflanke werden, so, Helmer hat einen Ball, auf Carlo, auswechseln, Helmer ist fertig. Dann nehmen wir mal Hakenlocher rein. 90. Scheiße. Der wird jetzt, der schießt und 1-1. Mist hier. Nur ein Maulsunentschieden. So, 76.000. Wir brauchen Geld. Ähm. Erste Liga, wir führen noch, aber Wolfsburg und Hoffenheim haben in Punkten aufgeschlossen. Tillela, Vorlagen, Helmer, Paraden tauschen, nix. Gut, nächstes Spiel gegen Braunschweig, oder? Ja, Eintracht Braunschweig. Ich guck mal ganz kurz, Verträge, Rainer könnten wir schon um ein Jahr verlängern. Machen wir erstmal noch das Heimspiel, das gibt ein bisschen Geld rein. Braunschweig, was habt ihr denn? Ähm. Gretsche und Hackentrick. Hackentrick. Millberg rein. Knoll. Dann nehmen wir mal runter. Wir haben jeweils einen Hackentrick, aber sind nicht besonders starke Schützen. Kommt dann hier mal Volgert rein. Das Libero. Gott, was haben die denn für eine Abwehr? Langer Pass. Gretsche, Gretsche. Äh. Krüger in die Mitte. Und Tillela. Auf Außen. Wobei. Komm. Wir probieren es einmal mit Höppner. Höppner in der Mitte. Vielleicht. Gibt es eine Flanke zum Kopfball. Helmer ist ein bisschen angeschlagen. Da wechsle ich ja auch nachher die Spieler. Wir probieren es mal so. zuschauen. So. Erster Angriff. So. Soll bitte ein Kopfball werden. Ach ja. Schieß direkt. Okay. Auswechseln. Ähm. Dann. Krüger rein. Kommt man die. Ich will das noch mal schön. Ui. Okay. So kommt Höppner auch. Inne gute Position. Äh. Ja. Höppner. Krüger wäre jetzt genial. Dann nehme ich aber die Lele hier rüber. So, höp, neu jetzt. Schade. Ah, die Abwehr ist zumindest jetzt schon mal leicht geöffnet. Oh, Mist. Amstetter ist jetzt echt weit von seiner Position weg. So, bitte nochmal auf Helmer. Und auf Höppner. Höppner, zeig, was du kannst. Ah, Mist. Höppner kann ich auch nicht mehr einwechseln. Schade. Oh, nochmal. Helmer auf Höppner, bitte. Okay, auf Tilele. Tilele. Tilele auf Höppner. Na, endlich. Und das zur Halbzeitpause. Ähm. Helmer geht raus, dafür geht jetzt Hakenlocher rein. Zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit. Da, 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 da. Okay. Okay. Knacken wir diesmal diese Abwehr. Jawoll. Sehr gut. Vollkort. Ich bin zufrieden. Ähm. Nein. Meine Abwehr baut sich grad komplett um Kopf und Kragen. Okay, Glück gehabt. So, jetzt. Jetzt rennt auch nur der Berg noch weg. Ja, genau. Fantastisch. Siebzigste Minute. 1-0 steht's, aber... Meine Abwehr ist nicht mehr existent. Oh, Schwein gehabt. Müssen die jetzt aus dem Strafraum raus? Jawoll. Tauscher. Sehr gut. Amstetter holten sich. Der hat wenigstens ein bisschen Kontrolle. Okay, der will mit Kretsche mir den Ball abnehmen. Junge, das bringt's doch nicht. Gut. Spielende. 1-0 gewonnen. Ja, Glück gehabt würde ich sagen. Ei, 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 ei. Helmer, bester Mann, Höppner, Tauscher. So. So. Kommt's drauf an. Wie viel Geld haben wir jetzt bekommen? Ticketverkäufe. Ticketverkäufe. 600.000. Hmm. Sollte für zwei Jahre schon mal reichen. 20 Rom-Punkte. Gucken wir mal. Erste Liga. Wolfsburg hat gepatzt. Hoffenheim immer noch punktgleich mit uns. Wie haben die denn gespielt? Hoffenheim. 2-1. Okay, die haben auch nur ein Tor-Differenz gemacht. Wolfsburg hat gegen Mainz verloren. Gut. Abstieg steht Stuttgart, Ingolstadt, Köln. Tilele, kein Tor gemacht. Helmer, keins vorbereitet. Paraden, zwei. Paraden für Tauscher. Fortfahren. Ah Gott. Transfermarkt, wie lange bist du offen? Für 600.000 könnten wir dich echt nochmal um drei Jahre verlängern. Ähm. Ach Gott. Lass mal abbrechen. Zwei Jahre, drei Jahre. 29. Knoll ist 40. Oh Gott. Da brauche ich ja bald Innenverteidiger. Innenverteidiger. Mit Kretsch. Innenverteidiger mit Kretsch ist eigentlich gut. Okay. Wir enden erst mal diese Folge. Tschüss und schau bis zum nächsten Mal. Bye bye.